Hey Leute, ich habe jetzt einen Discord und hier kann man sehr viele verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel, man kann sich mit den Freunden hier unterhalten, hier in den Chat hier, wenn man draufklickt. Und ihr könnt euch auch an den Freunden sagen, dass ihr hier auch einen Discord habt. Einfach erster Link in der Beschreibung hier, erster Link in der Beschreibung. Und ja, dann seid ihr einfach hier direkt drauf im Server. Genau, und hier kann man nicht sehr viele verschiedene Sachen machen. Man kann zum Beispiel auf erstmal Regeln und Infos muss man unbedingt durchlesen. Einfach hier Regeln und Infos durchlesen und ja. Man kann zum Beispiel auch, wenn ihr Mitglied seid oder so von meinem Server, aber kann man hier ganz einfach Mitgliedanforderungen mit einem Screenshot und da habt ihr auch einen Mitgliedrang auf meinen Discord hier. Es gibt auch ein Fanart-Dings hier, Fanart-Channel. Da könnt ihr alle möglichen Fanarts hier reinschicken, über, keine Ahnung, Revival zum Beispiel. Also Revival ist jetzt schon aus, aber über die kommende Projekte oder so. Oder über Franzl, alles mögliche, die werde ich vielleicht auch noch in den Videos zeigen. Hier könnt ihr auf Videos klicken, hier sind alle möglichen Videos, was ihr halt hochklären werden von mir. Und es gibt auch Gewinnspiele, also Gewinnspiele, das praktisch, ihr reagiert über einen Bot praktisch. Ihr reagiert hier auf die Nachricht von Bot und könnt ihr zum Beispiel, könnt ihr bei euch zum Beispiel gewinnen, Red mit Julian hier, wie man links unten seht, Red mit Julian. Da könnt ihr mir zum Beispiel reden mit mir oder so. Es geht wahrscheinlich, also jede Woche ist ein neues Gewinnspiel, könnt ihr auch Rollen oder so gewinnen. Oder einfach reden mit Julian und da könnt ihr einfach mit mir reden, alles was ihr wollt. Alles besprechen, was ihr wollt, keine Ahnung. Und ja, dann, erster Link in der Beschreibung, dann sehen wir uns im Discord. So, lollo und willkommen zu der neuen Folge Minecraft Adventure Map, Minecraft Horror Map. Jo, mei. Jo, mei mit den Gaslo 44. Jo, mei. Heute streamen wir nämlich eine Horror Map, weil das hier die Horror, die Horror Woche, also eine Woche nur Horror. Ich glaube, es ist nicht mal Horror Map. Nicht? Nicht? Warte mal. Ich glaube, es ist eine normale Map. Na, obwohl, kannst du rausschauen. Warte mal, drück mal da. Ah, brichst du den Button unter Siehling? Button? Ah, doch, ich glaube es ist nicht. Geil. Hat das jetzt eine Fackel? Look Around. Das ist Englisch, das heißt, wir sollten es umschauen. Leute, schau mal, das sieht aus, als wäre das irgendwie so ein Riesending. Was ist das? Hey, es ist X William 6X. Kann ich trade, ne? Ich glaube, es ist versteinert. Ach so. Hier ist Epic 126 LP. Boah, war epic. Schau mal hier. Oh, schau mal, lol. Oh, oh, ich back. Oh, Leute, das ist eine Katzein. Leute, schau mal, komm her. Ich hab's gerade auf Englisch. Also, hello. Nee, warte, hello. Also, warum ist jeder in Stein geordnet? Oh, lol. Du musst neu sein. Oh, ich habe, hast du auch gerade eine Katzein? Ja. Oh, oh, wir müssen das Dings. Nee, ich nicht. Magier? Hä, nee, ich nicht. Ich bin Magier. Einer der Leute war Luca Dusch. Er war ein guter Schaubereram. Er ist halt jeder andere. Also, das sehe ich's. Ja, das sehe ich. Ja, jetzt sehe ich's. Er war so gut, dass Leute Angst haben. Ich wollte Luca Dusch, dass er aufhört. Aber ja, er wollte nicht. Sie haben ihn weggejaugt auf einen Berg drauf. Und dort oben hat er weiterhin Magie gemacht. Und er hat komische Kreaturen wie mich erschaffen. Ach so, das ist ein Holztipp. Kreaturen gemacht wie mich. Aber die größte Magie war sein Beacon. Mit dem hat er seine Rache ausgeübt. Okay. Der hat jedem zu Stein gemacht, der Beacon. Und dann hat Luca Dusch am Berg oben. Äh, der lebt oben am Berg, wo die Monster sind. Okay. Ey, geil. Also, das sind wir Luca Dusch, oder was? Das ist der richtige Katzeins, gell? Ähm, am Berg. Ist irgendwas noch? Die sind alle versteinert. Ja, ist der? Epic. Da Redmar 2005. Oh, da geht's ja durch. Leute, ich hab ein Goldwert. Ich hab auch was. Ich nehm alles mit. Ich muss Alraro. Hä? Ich muss Alraro. Kille Alraro mit der Golden Sword. Wo ist Alraro? Lass auf. Wenn du jemanden findest, der Alraro heißt. All die Maps sind richtig cool. War mein. Wie geil? Ich hab 5 Bejoots. Wir müssen, äh, wir Stinks, wir müssen Luca Dusch killen. Luca Dusch killen, ich hab ne Schaufel. War das Schafel? Lol, ich hab ne Schaufel, die schaufelt nur, ich hab ne Schaufel, die schaufelt nur, äh, Gravel. Also, mit der kommen nur Sch... Lol, der Typ schicht mir an. Der Alraro, Gravel. Achso, ja. Ja, das ist Alraro, der Holztyp. Da, komm her. Der ist Alraro. Der schicht mir an. Der Alraro. Alraro. Oh, dann pass auf. Aber ich kill Alraro. Kill ihn. Ah, der ist Alraro. Oh, lol, ich flieg. Oh, lol. Okay. Jetzt müssen wir auf den Berg rauf. Äh, go on the top of the mountain. Ja, lass uns. Berg rauf. Okay, hier, hier, hier. Hier, hier, schau mal. Hier, warte, hier ist der Leiter, hier ist der Leiter. Komm her. Hoch. Da. Lol. Okay. Lol. Nicht runterfliegen, gell? Der warst mit Luca Dusch? Luca Dusch? Der ist oben, oder? Ich glaub schon, der hat den Biegen da. Als lange gibt es Stone Slabs? Ah, ich bin da runtergefallen. Jetzt hat er 1 vor 14. Der kommt so. Logos, press for abbreviation. Weißt du, was abbreviation ist? Äb, 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 bb, abbreviation. Ich bin schon wieder runtergefallen. TP dich einfach, TP dich einfach. Hier ist ein Biegen. Ne, hier ist kein Piegen. Abbreviation, keine Ahnung. Irgendwas mit Affe. Warte, soll ich mal drücken? Oh, oh. Der, 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 der Kopf. Der, der Kopf. Keine Ahnung. Hallo? Lol, was ist das? Ha? Chetray. Der, der hat einen Spinnlaken. Banner, Banner Pattern. Das ist der Spinn, Julian. Achso, lol, okay. Segen wir uns nicht. Hey, es sind Birnen. Hab, hab Birnen. Ah, nee, Pia. Das sind Birnen, oder? Doch, das sind Birnen. Warte mal so. Ich hab' nicht schau'n. Oh, saftige Birnen. Oh, saftige Birnen. Leute, ich kann mal runtergeil. Oh, mein, hab Birnen ziehen. Glaubst du, das ist, nee, ist nur so Seaweed. Warte mal, kann man nicht irgendwie hoch? Leute, jetzt sind sogar ein Baum, sicher, der Dings. Ja, da bei der Treppe. Hier, hier, Baum, den Schlüssel. Hey, komm zu mir. Wir sind, oh, oh, ich hab Katzehn. Hast du auch? Willst du die Tür anlocken? Willst du die Tür, äh, Dingsen? Er, 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 den Schlüssel, äh, aber er will, er will etwas für, äh, Wollen wir killen? Wollen wir killen? Ich hab' ne Spitzsäcke. Oh, ich hab' ne Emerald-Spitzsäcke. Äh, die Pickaxe wird euch helfen. Ähm, die geht zum Tele, geht zum Teleporter und wenn er aktiviert ist, dann kann er dich hochteleportieren. Äh, die Augen des Elefanten vom, im grünen Tempel, müssen wir suchen. Kannst du mich drunter, äh, im grünen Tempel ist unten, glaub ich. Na, hier ist ein Knopf, also Teleporter, schau mal. Ey, wir können gar nicht... Oh, lol, lol, ist das? Oh, die ist A3, YouTube, 18, 18 Jahre alt. Hey, YouTube, 18. Äh, ich interessiere so viel Dings. Wann mal, was müssen wir machen? Ähm, da ist ein grüner Tempel. Was müssen wir machen, nochmal? Äh, bring me the eye of the elephant. Äh, siehst du das nicht? Ja, 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 Elefanten, Augen ausbauen. Ja, das ist, äh, sind wir in Super Mario? Jetzt Kuro. Kuro, das kann ich abbauen. Also, die Augen, lol, die Augen, ja, ja, die Augen, schau mal. Leute, ich kann sonst nichts abbauen, eigentlich. Und die müssen wir zu Chatray jetzt bringen. Ja, wie cool. Wir müssen, glaub ich, nochmal einen Teleporter, wenn ich mich nicht irre. Es wird schon ein Tag, irgendwie. Oh, es gibt richtig viele Teleporter. Welche war das? Der oder? Der weißer. Ja, genau. Wo, wo, wo? Okay. Äh, ah, jetzt hab ich's. Es ist Chatray. Äh, also, danke für den Kuss. Not how you fooled. Oh, der hat... Oh, der hat die Dings. Oh, der muss nicht gehen. Oh, ich muss nicht gehen. Der hat die Dings. Oh, oh. Hä, das ist einfach eine Spinebahn. Oh, oh. Mir schwindelig irgendwie. Die auch? Ich hab ihn. Go on top of the mountain. Jetzt nicht mehr. Loll, das geht ja richtig weit. Hey, hier ist so ein Ding. Oha. Ist das ein Luka-Dusch? Ein Blackberry-Cave. Blackberry-Cave. Solche Dings? Loll, die sind wirklich so... Loll, man kann die richtig runterdingsen, gell? Oder? Wirklich? Ne, du, nur du. Man kann die auch essen. Oha, ey, wie geil ist denn die Mapper, bitte? Wie cool. Oh. Hier geht Licht an. Ja, wie cool. So ein Dings. Machst du das? Ne, ich mach gar nichts. Roof. Hä? Roof. Da geht's weiter. Also da geht's zum Ding. Du gehst ja so runter. Ich geh mal ein bisschen runter. Und ich bin hier... Ne, ich glaub... Ein Kuchen. Man muss ins Haus rein, oder? Ja. Ich hab einen Kuchen bekommen. Ein Kuchen? Ich glaub, den müssen wir aufheben. Wegen der NPC. Kann man hier runter... Ey, lass mich runter auf. Man kann hier wirklich runterfallen. Kann hier runterfallen. Irgendwas mit Roof, es kann irgendwas mit Dach... Irgendwo geht's da zum Dach. Ich weiß, wenn ich dich jetzt schufe. Ich hab irgendwas anderes gesagt, aber schön viel geiler. So mit dem Bambus-Ding und dem... Ja, richtig. Bambus? Achso, stimmt. Bambus. Warte mal, kann man hier? Ne. Da geht's weiter. Da ist Top of Roof. Top of Roof. Achso, lol. Hab ich gar nicht gesehen. Das ist ein Puzzle. Ein Rätsel. Top of Roof. Ich seh was? Okay. Oh, lol. Was ist hier? Ich hab, wir müssen uns das merken. Oh, stop, run. Was steht hier? You see... Hä? Es ist... Oh, Leute, wir brauchen die Items alle. Hä? So, warte mal. Ich hab Beetroot, Apfel. Beetroot, Apfel hab ich. Karotte. Äh, das hab ich. Ich hab, wir haben alles. Ich hab, wir haben alles. Ich hab alles. Und du hast den Kuchen gegeben. Wir haben das alles gebraucht, der hat uns. Äh, du... Hast du einen Beetroot gehabt? Ja, ich hab alles. Okay, warte mal. Ich hab, lol. Dings hier, hochjumpen. Ey, aber wie geil schon. Die Mappe, die aus ist ultra gut gebaut. Ey, wir müssen aber hinten weiter. Ne, da oben ist der Chess. Blackberries nur. Ich kann die nicht hochnehmen. Ich kann nicht aufnehmen. Ich hab 46 Blackberries. Die Schwarzen. Was richtig cool macht, auf allem mit die Black... Wirklich? Wow, ich wär fast runtergeflogen. Mein Teleporter. Lol, was ist das? Lol, always active Teleporters. With them you can always teleport back out. Also mit dem können wir uns immer, ähm, zum... Lol. Wie ist Loki Fulf? Mit dem kann man uns immer, ähm, lol. Loki Fulf? Loki Fulf? Mit dem kann man sich immer hoch teleportieren. Er will eine Kornflower. Und er hat Hunger. Er hat Hunger? Kornflower? Ich hab auch keine Kornflower. Er hat meine Dings, eine Blume, guck mal. Lol. Get Loki a Kornfollower. Achso, der gibt... Was hast du? Ich hab's. Wir müssen Blumen pflücken. Komm mal her, komm mal her. Warte. Die, genau die müssen wir finden. Schau mal. Ah, ich hab's gegen die Blaue. Hier, 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 hier. Ist es die? Hast du schon? Lol, das war ich sicher. Bitte, bitte mit dem Koppelstun, genau. Okay, nice. Ich hab's direkt da unternehmen. Äh, ja, so. Okay, warte. Was passiert jetzt? Lol. Hier ist es wieder. Achso, nee, das war... Äh, übrigens. Lol. Schau mal, der ist so ein Wurm, der geht noch zurück, oder? Achso, der ist ein Alaska Bullwurm. Wie bei Spongebob. Achso, lol. Es ist hier die Blume. Warte mal, geh mal her, oder? Mach's ich, oder? Machst du? Lass mich hier, lass mich hier. Ja. Schau mal, wo du bist. Hä? Hä, die eine war direkt neben, und die andere schaut nicht mehr im Haus. Ist super einfach. Lol, stimmt. Soll ich mehr Blumen abbauen gleich? Für später? Ja, ja genau, das Sunflower, oder? Die hier. Kannst du nicht mehr, oder? Ich glaub, das geht nur eine... Nein, aber ich glaub, ich könnte theoretisch eigentlich alle abbauen, die er früher oder später haben will. Ist wirklich ein Problem, obwohl ich jetzt hier rumwarte. Ne, das geht nicht, glaub ich. Der will safe noch eine Blume danach. Ja, aber ich glaub, es ist jedes Mal, wenn du praktisch eine Blume wieder hinbringst, dann geht das nichts. Kannst du jetzt die nächste abbauen? Nein, ich kann... Okay, das kann sein, egal, ich weiß nicht. Ey, geh mal hin. Warte mal. Ist die nächste? Blaue auch Idee. Ja? Ah, der ist so richtig. Annimm du das Schwert mal. Ich kann Gravel abbauen, ist mir noch aufbringend, gell? Ja, schon will ich... Lower Wither Rose. Äh, die finden wir nur in, äh, Dings hier, in, ähm, Caves in Minen. Wo sind... Wirklich? Wo ist eine Mine? Wo ist eine Mine? Steht da? Warte mal, wo ist eine Mine? Äh, ist irgendwo Gravel? Ist irgendwo Gravel, weil ich kann Gravel abbauen. Oh, gibt's irgendwo Secrets? Hier ist Gravel, ist Gravel, ist Gravel! Wo, wo, wo? Einfach so. Für mich. Warte, wo bist du? Alle hier? Da musst du Gravel. Leul, Scheiß! Nein, nur Sweetberries, Blackberries. Nein, Blackberries. Was, Hölle, ist das? Hm? Man kann mit dem Traden. Wirklich? Lol. Nee, das ist nicht Trade, das ist Repair und Desenchant. Das ist ein neuer Endsburg-14-Dings. Da war eine Kiste! Ja, da war, äh, Dings, äh, hier, Sweetberries, also Dings. Warte mal. Was brauchen wir? Wither Rose. In, 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 in Höhlen. In Höhlen, in Höhlen ist es geschenkt. Eine Wither Rose ist eine schwarze Rose. Wo ist die Höhle? Ich weiß nicht. Vielleicht oben? Denkst du? Oder hier? Hier gibt's auch richtig viel. Nee, hier wohnt da jemand. Ich weiß nicht, da oben, ja, kann sein, dass da oben ist. Weil, geht's übrigens um Teleporter zurück. Okay. Ich glaube, jetzt wickelt hier aber nichts. Höhlen gibt's hier nicht. Ja, es gibt keine Höhle. Ja, guck mal hoch. Was ist das hier? Achso, jetzt ist einfach so ein Turm. Ja, es gibt keine Höhle. Cave! Da, Cave! Bemühe, 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 die Cave. Und dann hat so ein Dings. Erfindet man die wirklich nur in der Höhle? No, Rain, Sun? No, ich kann's regnen lassen. Ja, wo ist der Höhle? Das ist schon ein Cave. Ja, da, schau, wo zugeschüttet ist. Da musst du aufgraben. Wo ist zugeschüttet? Was? Oh. Er zeigt doch das gleich. Ja, schau. Du bist gerade weg. Ja, hier ist es. Komm her. Oh. Man kann sneaken ja durch. Oh. Bob! Ich kann abbonnen. Da, wo ist der Rosa? Mir boah, ist jeder ab. Gibt's sicher noch irgendwas. Ja, geil. Oder? Erfindet man die wirklich nur in der Cave? Nee, das glaube ich nicht, aber... Da kann man ja durchgehen. Nein, ich bin die Rose. 1,5,14. Ich weiß nicht, ja. Also so ein Wither Rose hat sich immer so ein Dings Mod auch gegeben, wo man irgendwie reingegrandet ist, dass man irgendwie vergiftet worden ist. So ein Mod hat es ja auch schon mal gegeben. Ah, keine Ahnung. So, äh, wo ist der Teleporter oder so? Komm, ich soll Teleporter, oder? Komm, ich soll Teleporter, oder? Ja, komm, ich soll. Boah, ist der Teleporter wieder in der Map. Ja, ja. Also du mappst, glaube ich, richtig. Richtig. Ich glaube, wir müssen sogar ein Dings machen. Einen zweiten Teil. Hallo? Oh, lol. Es sind Emeralds. Und das Geräusch. Die Fischer. Fischer? Die Kiste. Die Kiste. Was ist da drin? Dried Kelp und Speed. Lol. Speed. Wir wollen mehr mit. Regeneration. Oh, wie schön. Was? Also, lol. Ja, das sind ja doch 1.14 Dings, gell? Ja, ja. 1.14 Fische. Die Fische. Ne, 1.13 eigentlich. Okay, äh. Oh, 8.14. Oh, 8.14. Wo geht's irgendwo? Alles nix. Aber du musst doch weitergehen. Okay. Lol. Neuer Teleporter. Äh, Prismarine, glaube ich. Komm, hier runter. Au. Hey, was ist das? Glaubst du dich? Oh, lol. Kiwis? Kiwi? Äh, Pickaxe wieder. Eine Spitzdecke. How to craft a Minecraft. Wie können wir ein Minecraft craften? Hä? Hier ist grüne Flüssigkeit. Wie macht mein Minecraft diese komischen Pflanzen? Siehst du die? Sieht schon untergegangen aus. Au! Okay, grüne Flüssigkeit ist nicht gut. Oh, oh. Ist noch Kiwi. Ich glaube, ich sterb. Ich glaube, du musst den Kiwis folgen. Schau mal. Oh, oh. Ich bin tot. Ja. Na ja. Hä? Nein. Schnell. Tippier dich. Tippier dich schnell. Ist Kiwis? Nein, du musst den Prismarine Teleporter aktivieren. Nein, Flo. Oh, oh. Ich sterbe ja, glaube ich. Nein. Ach du ihn. Oh, nein. Oh, oh. Warte mal. Kann ich hier hoch nochmal? Bis zu oben. Bis zu oben. Na, du bist ganz drauf. Warte, warte. Ich renne gerade. Ich renne gerade. Alles gut. Alles gut. Habe ichs? Ach so, du hast ihn schon. Hier runter jetzt. Schau, wir müssen der Kiwi nach. Kiwi? Nicht der grüne Flüssigkeit. Lass ich jetzt schon wieder eine Kiwi drin an. Da, schau hin. Da, da, da. Darunter. Ich habe eine How to Craft in Minecraft. Da ist ja der Kiwi. Schau. In der Minecraft you can drive through high holes. Okay. Ah, das ist. Hä, wo? Springen nicht. Das ist ein Troll. Das ist ein Troll. Wo ist der Kiwi? Na. Da ist der Kiwi. Schau mal. Wo? In unsichtbereiten Frames. Schau mal. Springen nicht da drüber. Das ist ein Troll. Da ist ein unsichtbarer Block drüber. Ich glaube auch, gell. Okay, lass mal. Ist der Chess? Ist der Chess? Das ist hier drinnen. Poison Sword. LOL. Warte mal. Poison Sword. Dem du die Kiwis. Und Kiwi. Bist vergiftet? Nein. Ich habe kein Poison. Aber ich glaube, das brauchen wir. Ich glaube, das sind nur für Dings. Für, äh. Side Quest, sagst du? Für Side Quest, ja. Wir brauchen Minecraft. Boah. Schmeiß ich dich rein. How to Craft in Minecraft. Wo kriegen wir Minecraft her? Ich glaube, aber ich weiß, was wir machen müssen. Schau mal. Ja, wir müssen da rein. Schau. Warte mal. Warte mal. Nein. Nicht schubsen. Ich glaube, du musst da drauf. Glaubst du das geht? Oder glaubst du? Ich glaube schon. Guck mal von oben. Ich glaube, das geht nicht. Ja, ich glaube, das geht auch nicht. Das stand How to Craft in Minecraft. Und ich habe rechtsklick drückt. Nachher ist gelernt worden. Black die. Ja, dann schau bei den Rezepten nach. Ja, Minecraft ist ja ein Minecraft, oder? Hörst du mal? Muss ich irgendwas craften? Nee. Ein Boot kann mich craften. Hast du Holz? Du hast das Rezept gelernt. Schau mal. Game of Crafty Table. Und dann schau weiter. Ach so. Warte mal. Minecraft, ja. Essen. Dried Kelb. Ich kann einen Kelbblock machen. Weiß ich was zu bringen. Äh. Was kann ich noch machen? Wie viel Eisen? Hier ist der Eisenauer. Kannst du abbauen? Was? Also stimmt. Ich kann abbauen, gell? Oh. Also das war gut, ja. Ganz genau unterbrennen müssen wir jetzt mit Kohle. Okay, lol. Richtig cool. So. So. Ist die? Lol, schau mal. Lol, schau mal. Lol. You found a secret peak. Post a screenshot on Insta. Was? Den daneben bilden. Oh, mei. Ich mach mal mit. Am liebsten auch gar nicht. Das machen wir gar nicht. Erst wenn der. Wenn der. Wenn der. Wenn der. Typ, der mich. Achso. Ohne. Okay. Ich hab jetzt Eisen. Kohle. Der Kreator. Der Kreator. Kommt jetzt. Ich bin schon wieder runter. Ich muss zerschmelzen. Aber da kannst du nicht mal durch. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Und Kohle rein. Bam. Easy. Da ist zu. Kannst du abbauen? Mit Minecrafts kannst du durchfahren. Irgendwie. Ja, aber das Glas. Du kannst durch Glas fahren. Ich seh da schon den Chests. Warte mal. Ist das schon geschmoll? Hör auf. Kann ich mal runter? Barrier. Barrier. Ich hab zwei Erste auf. So. Warte, 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 warte. Nein. Ich hab's. Okay. Minecraft. Minecraft Reducer. Okay. Ich hab's gehabt. Es sind zu viel. Okay. Was auch immer das bei. Nein. Geh weg. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Kann ich durch? Oh. Lol. Ich hab's. Ich hab's geschlafen. Okay. Kass, ich bitte, man. Shining Cupcake. Shining Cupcake. Hello Human. Hallo. Hallo Mensch. Wo will ich hin? Hol. Teleport. Oh. Nein. Du musst da. Das ist in der Kiste. Das musst du aktivieren. Stärke. Perfekt. Poison. Hey Flush. Schau mal. Voll die geile Mapper ich. Da ist irgendwas. Boss. Boss? So. Go in my arena then. Oh lol. Hier ist der Dings. Du bist die Choralle Dings. Ja von Feuer. Dimmst die Choralle Spread. Hast du? Hast du Instant Health und alles? Hast du Stärke? Generation. Ich nehme Stärke. Let's go. Hier liegen. Alter. Wer ist das? Oh der macht richtig viel Damage Flow. Er macht extrem viel. Oh. Ich sehe gerne. Der ist schon kleiner. Kleine Babys von ihm. Oh. Oh nein. Ganz kleine. Oh böse. Aber wir haben ihn. Ja wir haben ihn. Der ist so ein Cupcake. So ein Muffin ist das. Music. Okay. Musik. Das ist was easy. Es ist krank. Oh oh. Lol. Nein er schießt oder? Okay. Oh. Ich habe wenig Leben. Ich habe wenig Leben. Ich habe wenig Leben. Nice. Warte ich muss das machen. Ich werde. Ja. Das ist kein Pferd. Das Pferd kann man nicht schlagen oder? So. Easy. 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 Nice. Nice. Und jetzt? Er ist beeindruckt. Okay. Aber wir könnten ihn in Aufzug benutzen. Also erstmal in Aufzug. LOL. Null. Wenn jemand da ist, kommt das irgendwie komisch. Oh. Äh. Ich bin Erster. Hä? Nein. Benutze ich den Teleporter nicht. Mach nicht. Hör auf. Nein. Benutze ich den Teleporter nicht. Mach nicht. Hör auf. Gewegt. Wie gesagt. Ey Leute. Lasst mir ein Like, wenn ihr Folge 2 sehen wollt. Ja. Like da, wenn ihr Folge 2 sehen wollt. Äh. Ich scherbe jetzt wahrscheinlich auch noch. Und äh. Ja. Lasst ein Like. Abo da. Und ähm. Ciao. Ciao.